Was ist ein Volk ohne Geschichte? Den Worten des ehemaligen Premierministers von Großbritannien, Winston Churchill, hat ein Volk ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ein Volk, das keine Erinnerungskultur hat, steht in der Gefahr, sie erneut, nämlich die Geschichte, zu durchleben. Dem einen oder anderen ist vielleicht dieses Zitat, dem Wortlaut nach, bereits bekannt vom Geschichtsunterricht. Es stammt nämlich von dem spanischen Philosophen Santayana. Und wer sich an die Geschichte nicht erinnert, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu durchleben. Und dieses Zitat ist auch in Verbindung in Auschwitz angebracht an der Gedenkstätte zur Erinnerung für zukünftige Geschlechter. Dabei gibt es kaum noch einen weiteren, besseren Zeugen als Dietrich Bonhoeffer, der diesen Grundsatz glaubwürdiger unterstrichen hat als Zeitzeuge des Dritten Reiches, wie er selber einmal auch sagte und damit mit Churchill einstimmte. Ein Volk, das sich nicht an seine Vergangenheit erinnert, hat keine Zukunft. Es ist durchaus bedenklich und wir sehen, wie teilweise bewusst, aber auch unbewusst geschichtsvergessen unser Land geworden ist. Unsere Regierung und Gesellschaft im Hinblick auf die jüngere Geschichte respektive des Dritten Reiches oder eben auch gerade der DDR ist und vergesslich im Sinne von gedenkt, der Dinge nicht mehr, die gewesen sind, mahnend. Wir müssen uns an dieser Stelle nur einmal Revue passieren lassen, was in den letzten Jahren alles gewesen ist und inwiefern gewisse Muster von vergangenen Zeiten wieder aufgekommen sind, ohne sie auch als solche großöffentlich, vor allem den öffentlich-rechtlichen Medien zu benennen. Wir haben in Deutschland unterschiedliche Gedenktage. Es gibt richtige Feiertage, aber auch Gedenktage, die im gewissen Sinne so diese Erinnerungskultur mit sich tragen. Es gibt zum Beispiel den 27. Januar 1945, der sogenannte Holocaust-Gedenktag, der hier und da mal in den Medien auch aufgenommen wird. In Israel übrigens ist der Yom HaShoah, der Holocaust-Gedenktag, ein nationaler Feiertag, offensichtlich auch von der Geschichte her röhrend. Und im ganzen Land wird für zwei Minuten Stille gehalten und die Serien heulen zur Erinnerung an das, was war und zur Mahnung. Es gibt andere Gedenktage, deren man sich als Deutscher bewusst machen sollte und die immer mehr in den Hintergrund geraten. Der Arbeiteraufstand von 17. Juni 1953 in der DDR, wo es zu einer Welle von Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten kam in der DDR. Aber viele kennen diese Gedenktage nicht mehr und man besteht eben deshalb auch in der Gefahr, gewisse Offenheiten für politische Strömungen und Einflüsse ausgesetzt zu sein. Man beachte einmal, welche säkularen, bekannten Feiertage oder Gedenktage wir explizit als gesetzliche Feiertage in Deutschland haben und das führt uns jetzt auch langsam zum Thema hin. Der Volkstrauertag. Der ist so gesehen kein klassischer Feiertag, weil er eigentlich stets sonntags ist, nämlich zwei Sonntage vor dem Adventssonntag, also im November. Aber es ist ein nationaler Tag, der Volkstrauertag. Wir haben den 3. Oktober. Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Und das Wichtige bei dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ist, dass er als deutscher Nationalfeiertag daran erinnert, an die deutsche Wiedervereinigung zwischen Ost und West. Und diese wurde mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 vollendet. Hier die Feier des 3. Oktober im Rahmen der Wiedervereinigung. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie das noch gefeiert wird und eben auch überschattet wird, haben wir hier zum Beispiel zwei Indizien dafür, die offensichtlich, nicht Indizien, das sind Fakten, der Islam, also Muslime in Deutschland, haben gleichzeitig den 3. Oktober auserwählt, um ihn zum Tag der offenen Moschee zu machen. Nach dem Motto, von wegen der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir halten sogar unsere Moscheen offen am 3. Oktober bewusst, um uns anzufreunden. Wenn man sich hier nochmal anschaut, was da noch so ist, wir sehen Tag der offenen Moschee, Umweltschutz wird ganz oben rauf geschrieben und unten sieht man auch die Quelle. Grüne, nämlich aus Braunschweig, die grüne Partei, hat dafür Werbung gemacht und an dieser Stelle versucht, den Islam salonfähig zu machen. Noch erschreckender ist es auf der linken Seite zu sehen, wie ebenso für den Tag der offenen Moschee auf einer kirchlichen Seite im Kirchenkreis Osnabrück geworben wurde, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, der nach allem Beeifern der Muslime gepaart werden soll mit dem Islam, weshalb doch Deutschland und der Islam sehr wohl zusammen gehört, was historisch falsch ist. Möge sich unser Land daran erinnern, was im Dritten Reich gewesen ist und deshalb die Augen und auch den Mund offen haben gegenüber einer Religion, die explizit in dem Koran gegen die Juden aufruft und eine Ideologie in sich auch trägt, die nicht nur Andersgläubige herabwürdigt, sondern vor allem auch den Antisemitismus schürt. Erinnerungskulturen gibt es einmal in den Ländern beziehungsweise in den Kulturen, aber es gibt sie auch in den Gemeinden. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, die Gemeinden, die meinen, es nicht nötig zu haben, über die Vergangenheit nachzudenken beziehungsweise eine gewisse Erinnerungskultur zu pflegen und meinten, sie seien die Ersten, sie hatten die Weisheit neu herausgegraben, sollten sich daran erinnern, dass es noch viele Jahrhunderte vorher gab, wo Gott schon gewirkt hat und dass es stets so war, dass Gott durch die Geschichte immer noch seinen Weg mit seiner Gemeinde geht und deshalb uns auch sein Wort hat zuteilwerden lassen, dass wir studieren sollen, systematisch studieren sollen, um seinen Ratschluss zu verkündigen. Gott hat in der Bibel Israel im Alten Testament einen religiösen Kalender explizit geboten, an dem es sich an die großen Wundertaten Gottes erinnern soll. Wir kommen da nochmal drauf zu sprechen. Im Neuen Testament wird sowas nicht explizit genannt, aber im Rahmen dessen, was wir in der Kirchengeschichte dann auch sehen, hat sich in der Kirchengeschichte ein sogenannter Kirchenkreis, ein evangelisches Kirchenjahr quasi herauskristallisiert. Es gibt ja auch das katholische Kirchenjahr, wo dann quasi an die Heiligen gedacht werden. Die Absicht, die ich mit diesem Kreis einmal habe und auch was ich deutlich machen möchte, ist, die Feiertage, die quasi im Christentum, sowohl Weihnachten, Advent, Ostern, also Pfingsten als solche, es steht nirgendwo im Neuen oder Alten Testament, dass es quasi die Gemeinde so feiern soll, beziehungsweise dass Jesus am 24. Dezember geboren wurde. Aber es sind sehr wohl Feiertage, die zum Gedenken dienen sollen und deshalb allein schon einer regelmäßigen Verkündigung gut tun, immer wieder an die Heilstaten Gottes zu gedenken in dieser saisonalen Art. Wie gesagt, nicht inspiriert, dieser Kalender aber sehr wohl hilfreich und es hat einen didaktischen Zweck und Hintergrund in der Katechese, in der Unterweisung und deshalb an dieser Stelle einmal den Verweis auf das Kirchenjahr, was tatsächlich mit dem Ewigkeitssauntag, womit quasi das Kirchenjahr endet und dann beginnt mit dem Advent, die Vorbereitung, ja, im Letzten auf Jesu Wiederkunft, aber mit dem Gedenken auch, dass Jesus schon mal gekommen ist, um uns Rettung und Erlösung anzubieten und dann die weiteren Tage wie Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und dann auch das Pfingstfest. Ein anderer Teil der Erinnerungskultur der deutschen Gemeinde, ein anderer Teil der Erinnerungskultur der christlichen Gemeinde ist eine einmalige Handlung in Form der Taufe und einer regelmäßigen Handlung in der Gemeinschaft der Gläubigen, der Christen, nämlich das Abendmahl. Es geht dabei nicht einfach nur um ein Stückchen Kultur, sondern um ein offensichtiges Gebot Gottes. Matthäus 26 und Matthäus 28 sind die beiden Kapitel, wo beispielsweise Jesus sagt, dass wir bewusst das Abendmahl in christlichen Gemeinden halten sollen und auch dazu aufgerufen werden, als Gebot Gottes zu taufen und zu Jünger zu machen. Jesus Christus hat das Abendmahl am Abend vor seiner Kreuzigung eingesetzt mit den Worten Lukas 22,19. Dort heißt es, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Aber das Abendmahl ist keine neue Erfindung und darum möchten wir jetzt einmal anknüpfen im Rahmen dieser Erinnerungskultur, was im letzten Erinnerungsgebot ist. Der Kontext, in dem Jesus das Abendmahl einsetzt, ist das Passafest. Israel feiert das Passafest und schlachtet das Lamm am kommenden Tag an eben diesem Abend vor, wie wir es heute nennen, Karfreitag. Wir befinden uns am sogenannten Gründonnerstag. Jesus ist versammelt mit seinen Jüngern in einem Saal in Jerusalem und hält das Passa mit ihnen. Ich habe hier eine Gegenüberstellung der Karwoche, die Leidenswoche, wo einfach nochmal die biblischen Ereignisse aufgelistet sind, von Sonntag, dem Einzug nach Jerusalem, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, der Karfreitag und dann der Auferstehungstag, der Sonntag. Und wenn wir uns das einmal vor Augen führen, Jesus ist am Donnerstagabend mit den Jüngern zusammen im Obergemarch und sie halten das Passamahl. Und genau in diese Situation hinein spricht Jesus die Worte, die ich bereits zuvor vorgelesen habe, wo er selber sagt, nachdem er das Brot genommen hat, dankte und es brach, austeilte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Sagt er mitten im Passamahl. Und wir wollen an dieser Stelle fragen, okay, was hat es mit dem Passamahl und der Passion oder mit der Passapassion auf sich und vor allem eben auch da mit dem Abendmahl, was eingesetzt wurde. Das Abendmahl fußt im Passamahl, deshalb müssen wir das Passamahl studieren und auch besser verstehen. Das Alte Testament ist, wie man so schön sagt, ein Bibelbuch, beziehungsweise ein Bilderbuch zum Neuen Testament. Das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen Testament und wir können das Abendmahl nicht von seinen jüdischen Wurzeln im Passamahl lösen und wollen uns heute mit der Bedeutung des Passamahls beschäftigen, um dann das Abendmahl etwas besser verstehen zu können, wenn wir es in der Gemeinschaft der Heiligen halten. Dafür machen wir jetzt eine kleine Zeitreise und während wir jetzt eine Zeitreise in das zweite Jahrtausend vor Christus machen, befinden wir uns mitten in Ägypten, der Tatort Ägypten. Israel ist in der Gefangenschaft. Die harte Knute, die schreckliche Verordnung, die Demütigung des Herrschers, die Handlung der Ägypter streckt das Volk zum Boden. Aber Gott greift ein. Gott erweckt den Mose und Mose als der von Gott Gesandte, ja, Retter für das Volk. Steht auf, geht zu dem Pharao und sagt mit dem Bekannten Lied, let my people go, lass mein Volk ziehen, dass es mir dient, sprich Gott, der Herr. Und genau in diesem Kontext der Sklaverei und Unterdrückung, aber auch der Befreiung findet sich das Passafest, die Einsetzung des Passafests. Um einmal ganz kurz Revue passieren zu lassen, jeder der Zweiter Mose schon gelesen hat und Kapitel 1 bis 11 studiert hat, weiß, dass es zehn Plagen sind, die der eine nach dem anderen folgt. Wir sehen hier nochmal eine sehr schöne Gegenüberstellung, die ich auch verlinke in die Beschreibung unter dem Video. Und das sind sehr interessante Gegenüberstellungen, die wir hier zur Erläuterung der zehn Plagen nochmal heranziehen können. Das ist jetzt heute nicht der Fokus, aber möchte ich gerne zum weiteren Studien einmal empfehlen, sich etwas näher anzugucken. Das Passaf wurde übrigens später eines der großen Feste Israels, wozu alle männlichen Juden extra nach Jerusalem pilgern mussten, wie es nach 2. Mose 23 heißt. Und an dieser Stelle haben wir einen jüdischen Jahreskreis oder jüdischen Kalender oder das jüdische Jahr. Wir haben die unterschiedlichen Feste hier einmal aufgeführt mit den jüdischen Bezeichnungen der einzelnen Monate. Man sieht auch die Monate so wie wir sie kennen und die drei Feste, wo die Juden, die männlichen Juden nach Jerusalem pilgern sollten, die Pilgerfeste, waren das Passachfest, das Pessachfest, das Wochenfest, im Hebräischen sagt man Schawort dazu und das Laubhüttenfest, Sukkot. Passachfest, Wochenfest und Laubhüttenfest. Pessach, Schawort, Sukkot. Das Wochenfest, Schawort ist eben auch dann das Pfingstfest, aber heute soll es um das Passachfest gehen. Um dem ganzen Rund um das Passachfest mal etwas näher auf die Schliche zu kommen, setzen wir uns jetzt einmal in den nächsten Minuten uns einen Detektivhut auf. Die verdächtige Spur führt uns nämlich als Bibeldetektive zurück in das Kapitel 12 vom zweiten Buch Mose und wir werden jetzt das Passachfest etwas näher studieren. Die drei Punkte, die wir uns herausarbeiten werden, ist die Beschreibung des Passachfests, die Bedeutung des Passachfests und im letzten dann eben auch die Botschaft für uns heute für das Abendmahl. Und weil das so ist, dass wir da jetzt ein bisschen Sherlock spielen werden, als Detektive wollen wir ganz genau hinsehen und beobachten, und einmal kurz eine Trockenübung machen, die uns zum Ansporn dienen soll bei dem, was jetzt vor uns steht. Und zwar habe ich jetzt hier im Folgenden einen Aufmerksamkeitstest. Wer hat Lord Smith umgebracht, ist die Frage. Diese Darstellung, die wir jetzt in den nächsten Sekunden uns einmal anschauen, zeigt, wie schnell wir uns beim Lesen, aber übrigens auch beim Beobachten abhalten lassen, weshalb es ungemein wichtig ist, die Bibel nicht einfach nur zu lesen, damit sie gelesen ist, sondern auch zu verstehen, was sie im Zusammenhang bedeutet, was in diesen Versen zu finden ist. Und dieses genaue Beobachten wollen wir einmal ganz kurz, durch etwas ganz Schlichtes, wie dieses Aufmerksamkeitsvideo uns vor Augen führen lassen. Wichtig ist dabei, dass wir bei dem, was wir hier sehen, ein Detektiv finden, der die Verdächtigen vor sich vor sich gestellt hat und jetzt wird untersucht, wer von denen quasi diesen Mord durchgeführt hat. Und neben dieser offensichtlichen Frage gibt es dann auch das Unoffensichtliche, was nebenbei geschieht und worauf er jetzt hier gleich nochmal näher eingeht. Ich verlinke auch dieses Video unter diesem Video in der Beschreibung, sodass man sich das nochmal in Ruhe auch später allein nochmal anschauen kann. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? And I can... Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Das Ziel von den nächsten Minuten ist jetzt folgendes. Ich möchte dazu einladen, 2. Mose 12 aufzuschlagen und jetzt für die nächsten 10 Minuten einmal konzentriert 2. Mose 12 zu lesen und das Video einfach an dieser Stelle gleich zu stoppen und 2. Mose 12 einmal zu studieren mit der Frage, welche 20 Eigenschaften erfahren wir von 2. Mose 12 über das Passafest? Welche 20 Eigenschaften erfahren wir aus 2. Mose 12 über das Passafest? Was ist der Grundton des Kapitels? Was ist der Eindruck? Und warum wollte Gott, dass wir diesen Text in Gottes offenbartes Wort einmal geschrieben bekommen, aber dann auch lesen und studieren? Ich habe jetzt hier einfach mal 20 Punkte rausgenommen, auch wenn es noch mehr gäbe, die man hier in 2. Mose 12 findet. Und zwar finden wir in Vers 2 beschrieben, dass mit dem Passafest Israel der Anfang des jüdischen Kalenders gegeben ist, quasi der Jahresbeginn. Und es wird im heutigen Israel tatsächlich sowohl Passa, aber auch das Fest im Oktober oder September Rosh Hashanah als Jahresbeginn gefeiert, wobei da noch ein Unterschied wird zwischen dem religiösen Jahr und zwischen dem säkulären Jahr. Aber Gott sagt hier Israel in 2. Mose 12, dass mit diesem Passafest, mit diesem Passa, mit dieser letzten Plage entsprechend das Jahr beginnen soll. Und wir müssen uns vorstellen, Gott bereitet sein Volk jetzt darauf vor, auf die letzte große Plage. Pharao hat sich so oft widersetzt, aber jetzt ist er zu weit gegangen. Im Sinne von jetzt ist Gottes Geduld zu Ende und jetzt kommt der letzte Schlag und Gott sagt Mose, dass er durch diese Plage sein Volk im Letzten hinaus führen wird. Ja, dass es sogar hinaus getrieben werden wird. Es ist der Anfang des jüdischen Jahres, Vers 2. Es wird gesagt, dass der Hausvater sich ein Lamm nehmen soll für das Haus. Es wird in Vers 5 gesagt, dass das Lamm eine Charakteristik haben soll, nämlich es soll makellos sein, männlich, einjährig. Vers 6 soll es fünf Tage aufbewahrt werden. Vers 6 zur Abendzeit soll das Lamm geschächtet werden. Das Blut, Vers 7 des Lammes soll an die Türpfosten und an die Oberbalken gestrichen werden. In derselben Nacht soll das gebratene Lamm dann gegessen werden. Vers 8 Mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern soll es gegessen werden. Mit den bitteren Kräutern als Erinnerung an die Bitterkeit der Sklaverei alles soll aufgegessen werden. Vers 10 nichts soll übrig bleiben. Es soll in Eile geschehen. Vers 11 ist interessant, wie es hier beschrieben wird. Lenden umgürtet, Schuhe an, Stab in der Hand nach dem Motto, Jacke an, Schuhe an, Autoschlüssel neben den Teller. Es soll in Eile geschehen. Und es wird in Vers 11, in Vers 13, 23 und 27 das Passa des Herrn genannt. Jetzt habe ich sehr häufig den Begriff Passa in den Mund genommen. Was genau heißt Passa? Im Hebräischen einfach Pessach. Und Pessach kommt von einer Wortwurzel, das Vorübergehen heißt, Verschonen. Wir haben im Deutschen ein ähnliches Wort, das Passieren. Im Englischen auch nochmal sehr spannend, heißt das Passafest Passover, also Vorübergehen. Und so heißt es tatsächlich im Englischen auch das Passafest. Das Blut ist quasi, das an die Türen gestrichen wird. Ist wie der Regenbogen. Ein Zeichen, wo Gott sagt, wenn ich ihn sehe, dann will ich an meinen Bund mit euch gedenken. Und so sagt Gott an dieser Stelle, das Haus, dass das Blut des Lammes an die Tür befestigt oder anstreicht, da wird das Gericht vorüberziehen. Und deshalb ist es das Passa des Herrn ein Verschonungsfest, könnte man das Passafest auch übersetzen. Vers 12. Passa ist ein Gericht an Ägyptens Götter. Sehr interessant. Und ich erinnere nochmal an die Übersicht, die wir vorhin gesehen haben von den Zehn. Plagen, wo wir jeweils auch sehen, dass die einzelnen Plagen immer nochmal ein Gericht an den Göttern Ägyptens zeigt und sie im Letzten unfähig entblößt. Und ja, an dieser Stelle keine, sie haben keine Macht. Sie können nicht halten, wofür sie stehen oder was sie den Ägyptern versprochen haben. Und so sagt Vers 12, dass Gott Gericht an den Göttern in Ägyptens übt. Vers 13, Blut soll als Zeichen, als Schutz quasi dienen. Vers 15, sieben Tage sollen sie dann ungesäuerte Brote essen. Vers 16, am ersten und am letzten Tag dieser Zeit der sieben Tage soll es eine Versammlung, einen Gottesdienst geben. Vers 22, Blut soll mit Isop an die Türbalken gestrichen werden. Also hier wird es nochmal detailliert, mit Isop soll das geschehen. Vers 26, folgende, sagt, dass wenn dieses Fest gehalten wird und die Kinder herkommen und fragen, ja was hat es damit auf sich, dann soll quasi Katechese geschehen, es soll eine Unterweisung der Kinder geschehen, sie sollen belehrt werden, was Gott an Israel getan hat, wie er sie rausgeführt hat und das ist tatsächlich bis zum heutigen Tag so, wenn Juden das Perserfest feiern, sind die Kinder dabei, es wird gesungen, es wird erzählt, es wird die Geschichte gelesen, das ist super spannend. Vers 43, kein Fremdling, kein Fremdling, darf vom Passer essen, das heißt keiner, der nicht auch Jude ist, der nicht auch beschnitten worden ist, der nicht auch Teil des Volkes geworden ist und kein Knochen, heißt es dann, Vers 46, darf dem Lamm gebrochen werden und Vers 47, die ganze Gemeinde soll das Passer halten. Soweit erstmal die Beschreibung von 2. Mose 12, man könnte noch mehrere Punkte rausnehmen, ich habe es jetzt mal bei diesen 20 gelassen belassen und wir gehen jetzt einmal zum zweiten Punkt, nachdem wir uns die Beschreibung angeschaut haben und wir gucken uns die Bedeutung des Passerfestes an. Was ist mit der Bedeutung? Wir haben das offensichtlich gesehen, wir haben es gelesen, wir haben es gehört, wie Gott seinem Volk strukturiert erklärt, wie, in welcher Haltung, in welcher Manier sie dieses Fest halten sollen und das, was sich durchzieht, ist Ernsthaftigkeit, Eile, Gewissenhaftigkeit. Das Passerfest wurde für Israel angeordnet, damit zukünftige Generationen Gottes Rettungshandel nicht vergessen würden. Sie sollten das Fest jährlich halten und das Jahr für Jahr für Jahr so durchziehen. Das haben sie tatsächlich auch bis auf wenige Ausnahmen gemacht. Aber jetzt kommen wir zu dem, was etwas schwieriger ist und nicht explizit genannt wird, aber was eindeutig im Text steht. Wir haben den Detektivhut auf. Der Herr Jesus sagt im Neuen Testament in Lukas 22, Vers 15, der sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. hier haben wir die Passerpassion. Der Herr Jesus weiß ganz genau, was am nächsten Tag ihn erwartet. Er weiß, wie er verstoßen wird, wie er verlacht, verspottet, bespuckt, misshandelt, ermordet wird. Und er sagt am Tag zuvor, mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Es hat ihn verlangt nach dieser Passerpassion. Und wenige Zeilen später, Lukas 22, 19, bis 20, während dem Passermahl setzt er das Abendmahl ein. Und er nahm das Brot, dankte, brach, es gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis, desgleichen nahm er auch den Kelch, nach dem Mahl sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Warum hat es Jesus danach verlangt, dieses Passermahl zu essen, bevor er sterben würde? Weil die Geschichte des Passers ein Bilderbuch für den Messias ist. 2. Mose 12, Vers 11, dort steht, es ist das Passer des Herrn. Es ist das Passer des Herrn. Es ist das Passer des Messias, des Christus, der kommen wird. Es war das Passer, das viele Jahrhunderte traditionell gefeiert wurde und dann aber, als Jesus kam und an grünen Donnerstag dem Passerabend vor seiner Kreuzung mit den Jungen am Tisch saß, seine eigentliche Erfüllung fand. Gott führt sein Volk aus Ägypten raus, er rettet es durch eine mächtige Hand, durch viele Plagen, aber erst beim letzten Gericht ist es so, dass Israel gehen darf. Erst erfolgt das Gericht an Ägyptens erstgeborenen Söhnen und zwar überall dort, wo dieses Blut nicht zu finden war, dann musste der erstgeborene Sohn sterben und dann nach dem Passer, als dieses Gericht durchgeführt wurde, kam es zu diesem Befreiungsschlag für Israel. Wenn das Passer der Befreiungsschlag für Israel war und Jesu Tod am Kreuz der Befreiungsschlag für all die Menschen ist, die an ihn glauben und in ihm ihren Erlöser finden, dann wird es doch gewiss bereits bei seiner Einsetzung beziehungsweise bei dieser ersten Begebenheit in 2. Mose 12 Bezüge geben, die zu Jesu Passion passen und so ist es, es gibt sie reichlich und genau dem wollen wir jetzt nochmal nachgehen und wie gesagt, wir erinnern uns vorhin an diesen Detektivfall, wir haben das offensichtliche beschrieben gesehen, jetzt kommt die Detailfrage, welche Bezüge, welche Parallelen finden wir in der Anordnung des Passers in 2. Mose 12, die sich im Neuen Testament in Jesus erfüllt haben? Wo sind die Parallelen zu ziehen? Und ich möchte auch hier einladen, wer möchte gerne mal für ein paar Minuten das Video zu stoppen und 2. Mose 12 nochmal in Ruhe durchzulesen und zu überlegen, was gibt es für Verbindungen, wo 2. Mose 12 prophetisch auf den Messias hinweist? Ich möchte an dieser Stelle einige Punkte aufgreifen. Welche Bezüge zwischen dem 1. Passer 2. Mose 12 und dem letzten Passer, wo das Abendmahl eingesetzt wurde, gibt es? Nun, wir lesen davon, dass es hier um ein Lamm geht. Es geht um ein Lamm, das geschlachtet wird, das geopfert wird. Und so sagt Johannes der Täufer, als er Jesus bei seinem Auftritt öffentlich sieht in Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweg nimmt. Warum hat Johannes von einem Lamm gesprochen? Weil er ganz genau wusste, in der jüdischen Religion, in Israel, wussten die Menschen, was ein Lamm bedeutet und was mit einem Lamm nach Gottes Gebot geschehen soll. Und so sagt Johannes der Täufer, der Jahr für Jahr das Passerfest sah und als gläubiger Jude mitfeierte, sagte er, Jesus nach seiner Taufe sehnt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wir können auch nochmal eine andere Stelle aufschlagen, 1. Korinther 5, Vers 7. In 1. Korinther 5, Vers 7 wird das nochmal aufgenommen, wie sehr spannende Anwendungen von Paulus hier nochmal gebracht werden, passend, zu 2. Mose 12. Er sagt nämlich zu den Korinthern, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. In 1. Korinther 5, Vers 7 wird Christus als das Passalam bezeichnet. Und Paulus ruft die Korinther dazu auf, wie im Alten Testament den Israeliten geboten wurden, sie sollten sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, als Erinnerung für den Auszug aus Ägypten. So sagt er an dieser Stelle, ist das für uns Christen eine Erinnerung daran, dass der alte Sauerteig raus soll, dass die falschen Gewohnheiten weg sollen, dass wir uns beeifern sollen, mit unseren Sünden nicht Frieden zu schließen, Waffenstillstand, sondern mit ihnen auf Kriegsfuß zu sein und sie im wahrsten Sinne des Wortes auszufegen. Das Lamm, aus 2. Mose 12, findet so direkte Erwähnung im Neuen Testament in Bezug auf Jesus. Wie ist das Lamm? Das Lamm wird beschrieben als makellos, als männlich, als jung. 2. Mose 12, Vers 5 Jesus war makellos. Bei seiner Untersuchung, als er mit den Menschen redete und mit den religiösen Menschen unterschiedliche Wortgefechte hatte, mit den Pharisäern, Schriftgelehrten, sagte er in Lukas 23, als Jesus vor Pilatus stand und als dieser ihn untersuchte und fragte, dann musste Pilatus selber feststellen, Lukas 23, Vers 4, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und tatsächlich, Jesus konnte selber gegenüber den Juden sagen, wer von euch kann mich einer Sünde zeigen im Johannes-Evangelium? Sagt er das? Oder nehmen wir zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 19 raus, wo geschrieben steht, dass wir nicht erkauft wurden mit vergänglichem, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und unbeflecktes Lamm. Das ist das Passalam. Das ist Jesus. Jesus war männlich, als Sohn geboren. Er war jung. Lukas 3, 23 sagt, dass er im jungen Alter auftrat, dass er mit 30 seinen öffentlichen Dienst antrat. Als Jesus dann in die Karwoche ging, begann er, wie mit dieser Karwoche, öffentlich ritt er nach Jerusalem hinein. Jeder konnte ihn anfassen, konnte zu ihm rufen, konnte ihn in die Augen schauen. Fünf Tage vorher wurde ein Lamm abgesondert, um es zu untersuchen. Fünf Tage vorher kam Jesus nach Jerusalem hinein. Das Lamm wurde untersucht. Ja, und da haben wir diese Stelle. Johannes 8, Vers 46, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und Johannes 8, Vers 46 nimmt das auf, als Jesus mit den Pharisäern spricht und er ihn im letzten vor Augen führt. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Es wird beschrieben in 2. Mose 12, dass Gott durch dieses Passagericht ausübte an den Ägyptern, an den ägyptischen Göttern. Und es ist sehr interessant, wenn wir uns die Leidenszeit Jesu anschauen, die Passion, dann stellen wir fest, dass das im Neuen Testament tatsächlich ein ähnlicher Wortlaut zu finden ist, wenn Paulus an die Kolosser in Kolosser 2, Vers 15 folgende schreibt und er beschreibt hier, was geschehen ist, die geistige Dimension, als Jesus am Kreuz starb, als derjenige, der der eingeborene, der erstgeborene Sohn Gottes ist. Vers 15 Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über ihnen an demselben. Das heißt, als Jesus am Kreuz starb, ist ein Gericht ausgegangen über die Herrschaften und Gewalten dieser Welt. Und wenn wir das uns näher vor Augen führen, was es bedeutet, wir können in Epheser 2 und Epheser 6 nachlesen, dort spricht Paulus ebenso von den Herrschaften, von dem Fürst dieser Welt, gegen den unser Kampf ein geistlicher Kampf ist. Und Jesus sagt, dass er bereits gerichtet ist. Und ja, dass es noch Anfechtung gibt, aber dass wenn wir unter dem Herrschaftsgebiet Jesus stehen, unter seiner Herrschaft, der Böse keine Macht mehr über uns hat. Das Gericht über die Götter hier, das Gericht über die Herrschaften, Gewalten dort auf Kolgata. Ich habe es schon genannt, Jesus ist der Erstgeborene. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er es an einen geborenen Sohn gab. Monogenes. Das ist eine einzigartige Bezeichnung. Und in Sachaier 12, Vers 10 wird gesagt, dass wenn der Messias wiederkommt, dann werden die noch da sein, den Juden, werden ihn sehen und erkennen als Messias und sie werden sich an die Brust schlagen und sie werden klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und es ist sehr bemerkenswert, wenn man das Kapitel 12 liest vom 2. Mose und wie man dann liest, wie das Gericht über die Ägypter kam und wie es so viele Tote gegeben hat wegen der Sturheit des Pharaos und wie es dann um Mitternacht heißt in Vers 29 es geschah Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten von dem Erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß bis zum Erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war und auch alle Erstgeburt ist fies. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und er und alle seine Knechte und alle Ägypter und es war ein großes Geschrei in Ägypten. Denn es gab kein Haus in dem nicht ein Toter war. Man sagt, es gibt keine größere Klage im Nahen Osten als die um den Erstgeborenen Sohn, weil er der Thronerbe ist. Gott hatte seine Macht gezeigt. Der Schutzgott der Ägypter hatte keine Macht gehabt. Und das Interessante ist, dass wir im Neuen Testament lesen, wie über Jesus gesagt wird in Römer 8 und wie er hier als der Erstgeborene beschrieben wird. Vers 29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus hat dieses Gericht auf sich genommen. Nicht nur, was da in Ägypten, über Ägypten stand, sondern vielmehr, was über jeden Einzelmenschen heute steht. wenn wir einmal darüber lesen im Neuen Testament, was die Bibel über das Thema Sünde sagt, dass Gott mit Sünder keine Gemeinschaft hat. Er hat das Gericht, was eigentlich uns Menschen gilt, auf seinen Sohn gelegt. Wir allen weiter, kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Das kann man in Johannes 19 nachlesen, Vers 33 bis 36, wie als man Jesus vom Kreuz nehmen wollte, ihm eigentlich noch die Beine brechen wollte nach Tradition, aber es in diesem Fall nicht tut, weil sie erkennen, dass er schon tot ist. Da wird auch genau das zitiert aus 2. Mose 12 und 2. Mose 12 wird in Johannes 19 gerade im Rahmen der Kreuzigung erwähnt, als in Johannes 19, Vers 33 wie folgt die Rede ist. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer, der Kriegsknechte stach mit einem Sperr in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dieses geschrieben, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. 2. Mose 12, 46 Es steht geschrieben, das Bild, das das Passa gibt, deutet er auf Jesus. Es ist die Rede, dass kein Fremdling daran teilhaben soll. 1. Korinther 11 spricht darüber, dass jeder sich prüfen soll vor dem Herrn und dass das Mahl des Herrn, der Tisch des Herrn, dass das Abendmahl nur für Gläubige ist. Der Sauerteig, ich habe vorhin schon gelesen, aus 1. Korinther 5, Vers 7 soll ausgefegt werden. Paulus spricht von dem Sauerteig und er meint die Sünde, die sich so schnell durch uns erfasst, die um sich greift, ein schlechtes Wort, Geschwätz, Lästerung, Lügen und plötzlich Unfrieden hier und dort stiften. Wir sollen das ausweisen und einen sogenannten Passaputz halten. Jesus starb zur Abendszeit, eine weitere Parallele zu 2. Mose 12. Und wenn wir uns das anschauen in 2. Mose 12, dann lesen wir in Vers 6, dass das Lamm aufbewahrt werden soll und es soll dann geschächtet werden zur Abendzeit. Wenn man diesen Begriff näher untersucht, was im Hebräischen steht, dann weiß man, dass das zwischen 3 und 6 Uhr mittags beziehungsweise abends war. Und es müsste doch einem eine Gänsehaut an dieser Stelle überkommen. Wenn man dann zum Neuen Testament hinkommt und das Lukas-Evangelium ausschlägt, und in Lukas 23, Vers 44 die folgenden Worte hört, wo bei Jesu Kreuzigung Folgendes gesagt wird. Lukas 23, Vers 44 Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und diese Zeit, die jetzt hier angemerkt ist, das meinte von 12 Uhr bis 3 Uhr mittags. Das heißt, Jesus hing am Kreuz von 12 bis 3 Uhr und genau in dem Moment, wo in ganz Israel mit der Schlachtung des Passalams begonnen hatte, starb das eigentliche Passalam und erfüllte die Verheißung sämtlicher Opfer, die auf ihn hingewiesen haben, als er um 15 Uhr, gegen 15 Uhr sein Leben ließ, es übergab. Er hielt das Passa mit seinen engsten Freunden, heißt es über Jesus und im 2. Mose 12 wird ja gesagt, dass man es im Kreis der engsten halten soll, der Familie und könnte man sagen, an dieser Stelle gibt es eine gewisse Diskontinuität, weil das war möglicherweise, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich eines der ersten Passas, wo die Jünger nicht bei sich zu Hause gehalten haben, sondern explizit quasi in diesem Kreis mit Jesus zusammen waren und wenn wir Markus 3,34 hören, passt es dann wiederum doch, weil dort geschrieben steht, wie Jesus sagt, dass seine Familie diejenigen sind, die Gottes Gebote halten und lieben. Der nächste Punkt, das Blut des Lammes, was wir von 2. Mose 12 gelesen haben und studiert haben, das ist als Zeichen, Vers 13, das Blut soll euch zum Zeichen dienen, es soll an den Häusern angebracht werden. Und dann sagt Gott, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Oh und wie wird uns dann, wenn wir zum Neuen Testament kommen, wenn wir Römer 5 aufschlagen und Römer 5, der Paulus über den Herrn Jesus Christus die folgenden Worte schreibt, wie er in Vers 8 bis 10 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus vor uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. in Vers 9 ist die Rede, dass das Blut Jesu uns vor dem Zorn rettet. Und das ist der zentrale Punkt. Gott hat im Alten Testament die Angelegenheit mit dem Lamm verordnet, um den Israeliten einen Anschauungsunterricht zu geben, um Jahr für Jahr sich daran zu erinnern, dass Verschonung nur durch Blutvergießen im eigentlichen geschehen kann. Ja, Hebräer 9,22 sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Aber der Hebräerbrief sagt gleichzeitig, dass die ganzen Offen im Alten Testament nie irgendwie Sünde hinwegnehmen konnten, sondern nur ein Hinweis gewesen sind, dass wenn man auf einen Stellvertreter geschaut hat, beziehungsweise geglaubt hat, dass es einen reinen, perfekten Stellvertreter gibt, dass Gott dann die Erlösung uns gibt durch Glauben. 1. Johannes 1,7 sagt, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu reinigt uns und rettet uns vor dem zukünftigen Zorn, der kommen wird. 1. Petrus 1,19 haben wir noch einmal diesen Tatbestand aufgenommen. Ich hatte diesen Vers vorher schon gelesen, aber ich möchte es noch einmal mit Vers 18 nehmen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einem markllosen und unbefleckten Lamm. Dieses Blut rettet vor dem Zorn. Das Abendmahl, wenn wir es mit dem Passamahl vergleichen aus 2. Mose 12 hat noch eine weitere Verbindung. 2. Mose 12 heißt es explizit, dass es gewissenhaft gehalten werden soll, dass sie sich daran erinnern sollen, dass es in Vers 42, es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Wie sagt Jesus im Neuen Testament, als er das Mahl einsetzt? Dies ist das Brot, nehmt hin, mein Leib, dies ist der Wein, mein Blut trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es soll gewissenhaft eingehalten werden. Wir haben jetzt einige Parallelen uns angeschaut und gemerkt, dass in 2. Mose 12 eine ganze Menge Sprengstoff steht und dass das bis zum heutigen Tag immer wieder ein wunderbarer Anknüpfungspunkt ist, wenn man mit Juden im Gespräch ist, die tatsächlich das Passafest halten und feiern und sie zu fragen, lass uns doch mal über 2. Mose 12 sprechen, über die Details und schauen mal, was im Neuen Testament dazu steht. Das haben sich die Leute nicht ausgedacht, sondern das ist die Erfüllung durch den Messias, eine wunderbare evangelistische Möglichkeit. Aber nirgends in den Evangelien im Neuen Testament wird jetzt berichtet, dass Jesus mit den Jüngern das Passalam ist. Jesus sagt, du lass uns das Passa essen, aber es wird nie gesagt das Passalam und Gerhard Meyer hat es zu Recht in seinem Kommentar angemerkt, das wird in den Evangelien deshalb nicht genannt, das Wording ist wichtig, weil in diesem Jahr als Jesus am Kreuz starb, er das Passalam gewesen ist. Jesus war in diesem Jahr das Passalam und nicht nur in diesem, ab da an haben sämtliche Passalimmer keine Bedeutung mehr gehabt, weil der Messias gekommen ist, das Vollkommene da war und daher sich auch der Opferdienst ablebte mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus und bis zum heutigen Tag nicht mehr so durchgeführt wird, wie es eigentlich angeordnet wird. die Juden haben viele Lückenfüller für sich gefunden in ihrer Tradition, aber auch bis zum heutigen Tag gibt es wieder Stellen dort anzuknüpfen, um die Freue Botschaft zu verkündigen und ich komme zum letzten Punkt und zwar nachdem wir gesehen haben die Beschreibung des Passafests, die Bedeutung des Passafests, kommen wir jetzt zur Botschaft des Passafests für das Abendmahl. Was kannst du daraus für dich lernen? Die Botschaft vom Passa ist relativ schlicht und einfach. Gott rettet aus der bitteren Sklaverei Ägyptens alle, die seinem Wort Glauben geschenkt haben und das mit dem Zeichen des Blutes des Lammes durchführten an ihrem Haus, die darauf vertrauten, dass das stimmt. An denen ging das Gericht vorüber. Das ist das Bilderbuch zum Neuen Testament. Das Neue Testament geht aber noch weiter. Gott rettet aus der bitteren Sklaverei der Sünde all diejenigen, die ihre Misere erkennen, zugeben und Gott vertrauen, dass das, was am Kreuz geschehen ist, als Blut wieder am Holz zu finden war. Unschuldiges Blut, nicht eines Tieres, eines perfekten Menschen, Gottes Sohn. So rettet Gott und so schuf Gott aus dieser bitteren Sklaverei einen süßen Sieg. Gott schuf aus dieser bitteren Sklaverei einen süßen Sieg, in dem Jesus am Kreuz den Sieg errungen. So passt dieses Lied auf dem Land rot. Meine Seele betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweg getan. In einer weiteren Strophe heißt es dann süßer Ruhrort, selger Ruhrort, süße Friede füllt meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Und der Autor, der das geschrieben hat, schrieb das, nachdem er vom Dach gefallen ist und auf einem Schaf gelandet ist und dieses Schaf hat ihm das Leben gerettet, das Schaf ist selber umgekommen. Was hat ihn an die Geschichte des Passars erinnert? Auf dem Lamm, auf Jesus Christus, der uns nicht einfach nur das Leben gibt, dass wir jetzt hier Frieden mit Gott haben können, sondern der uns sogar ewiges Leben gibt. Im Alten Testament mussten unzählige Lämmer ihr Blut vergießen. Unzählige Männer gaben ihr Blut für ihre Hürden, für ihre Herren. Aber im Neuen Testament kommt der Erzhürde und lässt als das Lamm, das die Sünde der Welt hinweg nimmt, sein Blut für seine Herde, für seine Schafe, ja, und seine Schafe sind wir, wenn wir der Stimme des Hirten folgen und sie hören, die uns durch sein Wort ruft und zu ihm im Gebet kommen. Das ist allumfassend. Weißt du, die Familien in den Häusern Israels wussten, dass sie in den Häusern bleiben mussten und auf Gottes Versprechen sich verlassen mussten. Keiner sollte das Haus verlassen, nur das Blut des Lammes an der Tür half. So ein Mann, und das heißt, Gott sagt, wenn er das Blut des Lammes sieht, wird er verschont vorübergehen. Und dieses Wörtchen verschonend im Hebräischen ist das Verb von Pessach. Er wird sie verschonen. Und so mancher mag sich vielleicht gedacht haben, ach Mensch, das ist doch viel zu simpel. Das macht doch gar keinen Sinn. Und weißt du, wenn ich einfach doch mal ein bisschen rote Farbe nehme und ich unbedingt jetzt meinen Lamm da hinbringe, das Lamm ist mir eigentlich so kostbar, ist doch so süß. Wir haben uns schon so gut angefreundet. Und außerdem haben neueste Studien aus Harvard Universität gezeigt, dass ein Mensch doch so gar nicht sterben kann. Aber diese Einwände nützen nichts. Und hätten in Ägypten damals kein Leben gerettet. Die Anordnung in Vers 23 aus Kapitel 12 ist eindeutig, nur diejenigen, die das Blut des Lammes an ihrer Tür haben, wurden von dem Gericht gerettet. Genauso, aber noch viel mehr reicht das Blut Jesu, das am Holz, am Kreuz von Golgatha vergossen wurde, das Blut Jesu reinigt uns von unseren Sünden. Ja, er macht den Schaden gut, beziehungsweise die zerbrochene Beziehung, oder soll ich es so sagen, das Verdammungsurteil, das über uns Menschen steht. Dass wir eigentlich die ewige Hölle verdient haben. Jesus befreit von diesem Verdammungsurteil. Und weißt du, wenn wir einmal sterben, dann wird Gott für die einen der Himmel sein und für die anderen die Hölle. Er ist ein Gott, der rein, barmherzig, die Liebe, ja geduldig, aber auch gerecht ist. Und wie er einmal zu dir steht, entscheidet sich letztendlich daran, wie du zu diesem Mann am Kreuz stehst, der für dich misshandelt und ermordet wurde, an deiner Stelle. Schau, im Alten Testament und auch beim modernen orthodoxen Judentum ist es so, dass man eigentlich keinen Kontakt zu irgendeinem menschlichen Blut haben möchte. Das heißt im Alten Testament, dass eine Frau, die ihre Tage hat, als unrein gilt, sie konnte nicht, durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen und man durfte auch nicht in Berührung mit einem toten Menschen kommen, weil man sich ebenso verunreinigt und doch bis heute ist es so, dass die Juden jeglichen Kontakt mit fremdem Blut eigentlich meiden wollen, weil es sie zeremoniell unrein macht. Und ich hatte eine Begegnung meiner Studentenzeit in Haifa mit einem WG-Kollegen, einem orthodoxen Juden und wir sprachen darüber, ich redete mit ihm über das Evangelium und sagte ihm, dass, so wie das Lamm im Passau angekündigt ist, Jesus sein Blut vergossen hat und er sagte dann zu mir, hey, Moment mal, nein, wir wollen uns, warum Blut, wir wollen uns mit menschlichem Blut nicht verunreinigen und beflecken. Ich sagte ihm darauf, eben, weil alles menschliche Blut Sünde ist, sündig ist und im Letzten verunreinigt. Aber während wir Menschen versuchen, sämtliches Blut von uns fernzuhalten, war Blut auf eine weiße Hose getrocknet, ist ein Albtraum, hat das reine und sündlose Blut des Messias eine reinigende Wirkung. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ihr im Judentum, ihr glaubt immer noch daran, dass euch Blut verunreinigt. Aber schau, im Neuen Testament gibt es eine einzige Person, die reingewesen ist, keine Sünde getan hat, perfekt war und deshalb dessen Blut anders ist als unseres Blut und deshalb uns auch reinigen kann von unseren Sünden. Und deshalb heißt es in der Offenbarung, Offenbarung 7, Vers 14, von den Erretteten, von den Heiligen, die ihre Kleider gewaschen haben und sie haben ihre Kleider weiß gemacht, oh, in dem Blut des Lammes. Das Blut, Jesu reinigt uns von unserer Schuld und macht unsere Kleider weiß. Da haben wir es in der Offenbarung, kommt das Lamm am häufigsten vor als Begriff, 32 Mal im Neuen Testament und das Blut des unschuldigen Lammes Gottes reinigt uns von unserer Sünde. Hast du diese Reinigung schon? Die Bibel sagt, dass wir diese Reinigung brauchen, dass diese Reinigung an unserem Gewissen geschieht. Die Bibel sagt, dass Jesus für, das heißt im Hinblick auf, die Sünde der Welt gestorben ist. Aber dass wir dazu aufgefordert werden, das aktiv anzuerkennen und Gott damit Recht zu geben. Wenn wir Gott Recht geben, dann geben wir eigentlich zu, dass wir Menschen, dass wir persönlich im Eimer sind. Die ganze Menschheit ist eigentlich, um diesen Umgangsbegriff mal zu verwenden, im Eimer, ja, fertig, am Ende, hat eigentlich keine Chance, wenn Gott uns unsere Sünde anrechnet. Dann ist der Himmel zu für uns Menschen. Die Bibel sagt, dass Gott keine Gemeinschaft mit Sünde hat, mit Sünder hat. Und dann ist das, wenn wir dann quasi hochkommen, wie wenn man dann nachts, mitternachts, 2. Mose 12, einfach sagt, jo, ich trete einfach jetzt mal so aus der Tür raus, ich mache es nur für mich selber, brauche kein Blut, geht auch so. Gottesgerechtigkeit fordert für Sünde den Tod. Und weißt du, deshalb haben wir eigentlich von uns selber aus keine Chance. Wir sind eigentlich wie die Ägypter, die Gott einerseits raushaben wollen, aber andererseits das, was ihm zusteht, behalten wollen, die Ehre. Wir wollen ihm unser Leben nicht geben von Natur aus und ihm gleichzeitig nicht die Ehre geben. Wir sind eigentlich die Ägypter. Wir haben von unserer Natur aus kein Blut an unseren Türbalken des Herzens, sondern Blut an unseren Händen. Durch unsere Fluchen, durch unsere bösen Gedanken. Aber hier ist der Clou. Hier ist der Clou der Passapassion. Seit Jesus auf die Erde gekommen ist, ist Gott zu uns in den Eimer gekommen, zu uns, die wir eigentlich im Eimer sind, die wir eigentlich keinen Ausweg haben, die wir gefangen sind in uns selbst und in unserem Egoismus. Und Gott ist hinabgestiegen, um uns vor unserer Verdammung zu retten. Er ist gekommen, um Achtung und seine Blut Transfusion zu geben, und zwar die Transfusion, die sein Sohn das Leben gekostet hat. Glaubst du das? Schau, dass der Glaube ist zum einen ein Verwahrhalten. Es ist ein Fakt. Der nimmt etwas an, weil es richtig ist. Ein Überführtwerden von etwas ist Ausdruck des Glaubens und dann auch Gott Recht geben. Der Glaube hat zunächst nichts mit dem Gefühl unbedingt zu tun. Es ist, dass man etwas wahrerkennt und merkt, das hat Konsequenzen für mein Leben und Gott im Letzten man dadurch Recht gibt und sein Vertrauen auf Gott setzt. Dass man sagt, okay Gott, wenn du das sagst, dann stimmt es. Wenn du sagst, dass dein Sohn die einzige Lösung für mein Leben ist, dann ist es richtig. Schau, in der heutigen Zeit hört man immer wieder, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. für ein Mensch, der ohne Gott lebt, hat Gott tatsächlich einen schrecklichen Plan, wenn er in diesem Unglauben bleibt. Aber wenn wir von neuem geboren werden, wenn wir unser Gewissen reinigen lassen durch das Blut des Lammes und Vergebung von Gott empfangen, dann sagt die Bibel sehr wohl, hat Gott einen guten Plan für unser Leben. Und das bietet uns Gott in seinem Sohn an. Und genau an das denken wir am Auferstehungssonntag, dass nachdem Jesus gekreuzigt wurde, er von Gott auferweckt wurde zur Rechtfertigung und zur Darstellung, dass das Opfer bestätigt worden ist. Wenn du dich an den hängst, der für dich am Kreuz hing, dann darfst du ihm glauben, dass er dich nie hängen lassen wird. Und ich möchte dich deshalb aufrufen, hänge dich an den Herrn Jesus. Vertraue seinem Wort und glaube ihm. Was ist das Take-away jetzt aber für dich, der du Jesus schon glaubst und ihm gern gehorchen möchtest? Nun, wir haben das Passamal gesehen, wir haben das Abendmahl gesehen, dass es eingesetzt wurde von Jesus zur Zeit des Passamals und das Abendmahl ist nicht einfach ein Moment, wo man ein bisschen andächtig dasteht. Es ist viel zu komplex, als dass es wir es einfach nur schlampig an uns vorüber gehen lassen. Deshalb ist es wichtig, sich auf das Abendmahl vorzubereiten und die Bibel sagt nicht, wie häufig wir es feiern sollen, sie sagt, dass wir es feiern sollen und es gibt in unterschiedlichen Gemeinden unterschiedliche Traditionen, aber was die Bibel ganz deutlich sagt, ist in 1. Korinther 11, Vers 28, dass wir uns prüfen sollen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Macht dir Gedanken am Tag, bevor das Abendmahl in deiner Gemeinde gehalten wird. Führe dir vor Augen, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Führe dir vor Augen, was er für dich getan hat. Prüfe dein Leben und bereinige die Dinge, die zu bereinigen sind. Das heißt nicht, dass wir durch das Abendmahl Vergebung der Sünden bekommen. Es ist eine Möglichkeit, um Gott Sünden zu bekennen. Wir können ihm jederzeit die Sünden bekennen, aber wir sollen uns prüfen und uns vorbereiten. Und man kann das Abendmahl tatsächlich unwürdig feiern, davon spricht 1. Korinther 11 und warnen davor, indem man nämlich den Sauerteig der Sünde im Leben behält, bewahrt und nicht bereit ist, um Vergebung zu bitten oder auch zu vergeben. Wenn man in offener Sünde lebt, dann sagt die Bibel sogar auch explizit, wenn es Sünden gibt, die im Letzten zum Ausschluss aus dieser Gemeinschaft nach Matthäus 18 führen, dass es auch ein Ausschluss aus dem Abendmahl gehen kann. Nicht wahr? Wenn da zwei meinen, sie können vor der Ehe schon zusammenleben und geschlechtlichen Verkehr haben, was von der Bibel her Sünde ist, dann kann es nicht sein, dass man jemanden einfach so zum Abendmahl zulässt. Dann haben die Gemeindeverantwortlichen, die Ältesten, die Verantwortung, damit richtig umzugehen und sie darauf anzusprechen, dass sie Buße tun sollen. und ich möchte klarstellen, dass das Mahl des Herrn nicht für Sündlose ist. Da dürfte ja keiner kommen. Es ist für Sünder, die Jesus als ihren Gott und Herrn erkannt haben und wissen, dass es ihr einziger Retter ist und die aus seiner Vergebung leben und die in dieser Abhängigkeit zu Gott leben und in der Heiligung wachsen wollen. Insofern lädt das Mahl ein, zu kommen, zu dieser Gemeinschaft. Man kann, ja, man kann es unwürdig feiern, aber man kann es auch würdig feiern, indem man es im Gedenken an den Tod Jesu tut und ihn anbetet. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die katholische Kirche es als eine Art Götzendienst eigentlich hält, weshalb es unter anderem damals auch zur Reformation gekommen ist, wo jedes Mal, wenn sie die Eucharistie feiern, ja Christus erneut in dieser Oblade geopfert wird und das vertritt ihm übrigens auch Johannes Hartl bei seiner Merkkonferenz oder auch in seinem Gebetshaus mit der Eucharistie. Die machen da keinen großen Hehl. Die sind Katholiken, egal was sie sonst sagen oder was er sonst sagt. Und das ist nicht das, was die Bibel im Neuen Testament unter dem Abendmahl versteht. An dieser Stelle sei ermahnt, von ihm deshalb die Finger zu lassen. Wir sollen es würdig feiern. Wir sollen das Mahl als Verkündigungsmahl feiern. 1. Korinther 11, 26 spricht davon, dass wir den Tod des Herrn verkündigen, dass er das Lamm Gottes ist, das der Sünde Welt getragen hat. Es ist gleichzeitig auch ein Gedächtnismahl, wie Jesus sagt, wir tun es zu seinem Gedächtnis, wir führen es uns vor Augen, was er getan hat. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Es ist ein Hoffnungsmahl. 1. Korinther 11, 26 sagt, dass wir es halten, bis er kommt. Und wir haben die Hoffnung, dass er kommt. Jesus sagt, er kommt wieder. Und wenn er wieder kommt, dann sagt Offenbarung 19, dass es dann das Hochzeitsmal des Lammes geben wird. Jesus sagt, er trinkt von jetzt an nicht mehr von diesem Mahl, von dem Wein, nicht mehr von dem Mahl, bis er einmal kommen wird. Und das ist Offenbarung 19. Deshalb ist das Abendmahl stets auch eine Erinnerung. Einmal, was gewesen ist, eine gute Erinnerungskultur, die wir pflegen sollen. Aber es ist auch eine Erinnerung in dem, was noch kommen wird. Der Glaube schaut zurück, er schaut aber auch voraus. Und er hängt sich an den, der für uns am Kreuz gehangen hat. Wir haben gesehen, was das Passafest ausmacht und die Verbindung zwischen dem Passafest und zwischen dem Abendmahl und zwischen den Ereignissen, die rund um das Abendmahl und auch am Kreuz geschehen sind. Wir haben seine Beschreibung angesehen, seine Bedeutung und seine Botschaft auch für uns. Und es wäre eine weitere Ausführung nötig, um zu beschreiben, wie die Juden es heute feiern und wie messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, ihre Volksgenossen, den Juden, die gute Botschaft, genau in diesen Situationen zu verkündigen. Dazu ist jetzt hier nicht der Raum gegeben. Aber Beispiele aus der Kirchengeschichte von Dietrich Bonhoeffer im Dritten Reich oder auch den verfolgten Hugenotten in Frankreich zeigen, dass bekennende Christen stets bereit waren, das Mahl zur Zeit und zur Unzeit zu feiern, weil es sie in den Zeiten schwerster Verfolgung gestärkt hat. Es hat sie daran erinnert, was Nachfolge wirklich bedeutet und dass sie in den bereiteten Fußstapfen Jesus gehen und aus Liebe zu ihm seine gebotene Gewissenhaft halten wollen. Und dazu soll uns auch abschließend noch einmal das Wort dienen, das in 1. Petrus 2, 21 steht zur Ermutigung, wo Petrus sagt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr, ihr seine Herde, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und das tun wir ganz praktisch, indem wir das Mahl halten und indem wir uns im Gedächtnis behalten, wer Jesus ist und indem wir ihn als solchen auch verkündigen und auch in die Welt hinaustragen. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, danke, dass du uns in deinem Wort so wunderbar klar machst, dass das, was mit dir im Neuen Testament geschehen ist, nicht irgendwie etwas Neues gewesen ist, sondern schon lange angekündigt war. Dass das für die Juden eigentlich zum Greifen nahe gewesen ist, wenn sie die Augen offen gehabt hätten und doch haben es nur so wenige verstanden. Aber danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es erforschen können, dass wir es besser verstehen können dadurch, dass wir die Verbindungen besser begreifen können, um auch es ganz praktisch werden zu lassen in unserem Leben. Und Herr, hilf uns, dass wir das Mahl des Herrn gerne feiern, dass wir es sehnsüchtig feiern, so wie es dich auch danach gesehnt hat, Herr. Ja, gib, dass es uns danach sehen, nach dem Mahl des Herrn. Und dass wir gleichzeitig uns auch immer wieder, vor allem jetzt auch in der Passionszeit, uns daran erinnern, was es dich gekostet hat, diese Passapassion. Danke, dass du uns gerecht sprichst durch den Glauben an deinem Blut. und so loben wir auch deinen Namen und dein Blut die Kraft hat, uns vor dem zukünftigen Zorn zu retten. Und Herr, mögest du das doch schenken, dass noch viele Menschen zu genau dieser Erinnerungskultur finden, dass sie verstehen und erkennen, wie kostbar es ist, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist und das glückselig der ist, der auf dich vertraut. Amen. Amen.